Dieses Instagram-Video der Geissens sorgt aktuell für mächtig Ärger im Netz. Zu sehen sind die beiden Hunde der Jet Setter, Dex und Maddox mit Nestikchen Shania. Es ist so süß, wenn Shania oder Davina mit Dex und Maddox spielen, schreibt Carmen Geiss zu ihrem Posting. Doch mit Spielen soll der Umgang mit den Tieren laut den Fans nichts zu tun haben. Mehr noch, das Hunde-Video bringt ihre Follower zum Toben. Wütend schreien sie, wieso zerrt die am Fell vom Hund? Sorry, aber das geht gar nicht, der arme Hund, das nennt ihr Spielen und ich mag euch aber dem Dex so am Fell zu ziehen, geht gar nicht. Die Aufnahmen sehen tatsächlich alles andere als harmlos aus, doch wer genau hinhört, erkennt immerhin den Auslöser für Shania's scheinbar ruppiges Verhalten gegenüber Hund Dex. Nee, 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 letztes Mal hat Dex, genau so Dex. Denn während Carmen den kleinen Jokscher Terrier anspornt, den Großen zu fassen, befürchtet Shania, Dex könnte den viel kleineren Maddox beißen. Immer wieder zerrt die 14-Jährige den Kopf des Großen weg und genau das ist es, was die Fans so richtig auf die Palme bringt. Immerhin nimmt die jüngste Tochter von Robert Geiss ihren Dex am Ende des Videos in den Arm und küsst ihn voller Liebe. Und Dex, der scheint Shania hoffentlich nicht böse zu sein.